REVOLUTION EDM The leading electronic dance music club festival presents So Leute, es ist Heuwer Höffi, heute kommt Rehab und es läuft massiv im Lusthaus hart! Hey, wassup, es ist Rehab und wir sind hier im Lusthaus und ich werde euch auf eine Tour nehmen. Es ist unglaublich, also wenn man sich die Menge anschaut, es kocht. Der Bechti-DJ überhaupt ist sein Ort, wie er auflegt. Alles, was er auflegt. Rehab! The Rehab ist der Geilbrunst! Marge ist der DJ! Auf Öka Festival geht's her im Sommer! Electric Club, Lake Festival! On a good lap of Tomorrowland! Lake Festival, love it! We did some good festivals last year. Tomorrowland, EDC Vegas, EDC New York. I thought ZIGET Festival was really good. A lot of great shows. ZIGET was really mind-blowing, to be honest. We did a sit-down and it was freaking amazing. I've always been about the music and that's my motivation, you know. I love music and music makes me really happy. I really like the record with Calvin Harris Burning. It's the best of both worlds. And I think the remix I did last year also for Calvin Harris Summer was really good. Different every time. Once it's different every time, it's always nice. Just enjoying life. Many times we forget to enjoy. It is so simple in a way, but also so hard. In Loussas is mörderisch. Loussas is cool! Die Metropole Nummer 1. Es gibt ein Leben nach dem Alltag. Es gibt ein Leben nach dem Alltag. Unglaublich! Gott sei Dank! Voll super! Naugt uns voll! Also jetzt gehen wir zum Schluss nochmal gleich Gas! Der was nicht da war, der hat absolut was verpasst! So Leute, das ist unser Motto heute! Wir feiern die ganze Nacht! Es hat wahnsinnig begonnen! Es war Revolution EDM Festival, sowas habe ich noch nicht gesehen. Rehab, wirklich ein Mann der Tat! Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal! Bis zum nächsten Mal!